Ab morgen 12 Uhr öffnet die Boutique, wie der Shop offiziell heißt, seine Pforten. Die Ladenfläche beträgt 170 Quadratmeter, wobei das Motto Die Straße trägt St. Pauli hier direkt umgesetzt worden ist. Der Boden besteht aus Original-St. Pauli-Kopfsteinpflaster. Ja, und neu ist nicht nur der Fanshop. Es gibt auch auf Hamburg 1 eine neue Sendung für die St. Pauli-Fans. Thesentresen heißt es am kommenden Donnerstag erstmals um 20.15 Uhr.